Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 40 mit dem Titel Schwindelerregende Höhen. Heute sprechen wir über die Höhe, die uns allen so nahe liegt, wenn wir in den Bergen unterwegs sind, die wir alle so schätzen und weswegen wir vielleicht auch zum Teil in die Berge gehen. Es ist durchaus mitunter ein Grund, warum manche Leute in die Berge gehen, um eben höher hinauszukommen, um wieder neue Blicke einfangen zu können. Aber das können wir uns jetzt gleich alles mal anschauen und vor allen Dingen auch die Ängste, mit denen sich viele Leute dann letztlich beschäftigen müssen, wenn sie in die Höhe kommen und unter gewissen Umständen dann vielleicht auch mehr oder weniger Angst haben. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr konntet auch das schöne Wetter ein wenig nutzen und gerade an diesem Wochenende vielleicht etwas unternehmen. Das Wetter hätte es ja auf jeden Fall zugelassen. Hoffentlich hattet ihr auch ordentlich Zeit dafür. Wenn ihr wunderschöne Touren gemacht habt und vielleicht auch mal eine schöne Empfehlung habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare, gerade hier so im Raum Tirol und Allgäu und hier im Berchtesgadener Land. Da gibt es ja viele interessante Touren und vielleicht habt ihr ja da auch einen kleinen Tipp für mich mal, was man jetzt gerade im Herbst noch so unternehmen kann, bevor dann der große Schneefall kommt. Jetzt kommt ja dann tatsächlich bald der Winter, gerade im Hochgebirge hat er ja quasi schon angefangen. Es wird einfach nicht mehr so richtig warm. Das ist einfach, naja, die Zeit Herbst. Da wird es zwar unten nochmal okay warm, aber dadurch, dass die Winde schon so kalt sind, bleibt natürlich jeder Schnee, der oben runterfällt, definitiv auch liegen. Und so ist es zum Beispiel auch schon so, dass ab 8. Oktober das Skigebiet Stubayer Gletscher schon aufsperren kann, weil eben wirklich jetzt schon ordentlich Schnee liegt und vor allen Dingen in den nächsten Tagen dann sehr, sehr viel Neuschnee dazukommen wird, der gerade in den niederen Tälern eher noch als Regen runterkommen wird. Gott sei Dank, das heißt, die Berglandschaft bleibt uns noch eine Weile trocken erhalten, zumindest im Mittelgebirge. So, das war es aber jetzt vom Wetterbericht. Reden wir doch einfach mal über die Höhe. Ja, wenn wir über Höhe sprechen, dann fällt einem als erstes gleich mal der Begriff Höhenangst ein, die Akrophobie. Und die kommt ja aus der wissenschaftlichen Perspektive aus zweierlei Hinsicht. Einerseits kann sie über die Genetik kommen, auf der anderen Seite kann sie aber auch angelernt sein. Und das ist ja was ganz was Spannendes, alles was wir Menschen direkt oder indirekt beeinflussen können. Das interessiert mich persönlich immer sehr, denn gerade wenn wir uns die genetischen Umstände anschauen, dann ist es natürlich so, dass wir einfach irgendwo dann in unserer Haut stecken und gefangen sind darin und dann einfach damit leben müssen, dass wir eine Akrophobie haben, die Höhenangst haben. Die genetische, die angeborene Höhenangst, die fällt aber meistens deutlich stärker aus. Das ist tatsächlich die, wo Menschen dann Panik kriegen und ernsthafte gesundheitliche Probleme kriegen. Die angelernte Akrophobie, die die man uns in der Kindheit, aber vielleicht auch später über die Zeit quasi mitgegeben hat, die ist deutlich dezenter, aber sie ist definitiv präsent. Und gerade bei Bergsteigern ist sie, obwohl sie in den Bergen unterwegs sind, trotzdem oftmals präsent. Es gibt viele Leute, die überhaupt keine Berührungsängste mit der Höhe und der Ausgesetztheit haben, aber trotzdem ist die Mehrheit der Menschen eher akrophob, vor allen Dingen dezent akrophob. Natürlich, wenn man über Höhenangst spricht, dann kann man auch über die Wagniserziehung sprechen. Über die sprechen wir später nochmal im Detail. Das ist nämlich eigentlich ein ganz spannender Teil, eine Möglichkeit, das zu behandeln. Aber die Wagniserziehung in der Kindheit, die ist auf jeden Fall die wertvollste. Denn da lernen die Kinder quasi mit diesen Risikofaktoren, wie zum Beispiel der Höhe, umzugehen. Die Höhenangst allein ist ja eigentlich ein Schutzmechanismus. Sie schützt uns davor, zu sterben, was evolutionär gesehen ja eigentlich eine wahnsinnig tolle Sache ist. Man könnte sich fragen, warum nicht alle Menschen in gewisser Weise Höhenangst haben. Oder Höhen in einer Höhenangst, in einer Panik verweilen, solange sie quasi einer Höhe ausgesetzt sind. Oder zumindest einem großen Höhenunterschied, die Ausgesetztheit, die das ja in den Bergen darstellt. Die Höhenangst hat ja grundsätzlich gar nichts mit der Höhe zu tun, also mit der Seehöhe, sondern vor allen Dingen einfach nur etwas mit dem Höhenunterschied, mit der Differenz zwischen dem eigenen Standplatz und dem nächstgelegenen Talort. Und das kann bei manchen Menschen so ausgeprägt sein, dass sie tatsächlich selbst auf einem normalen Wanderpfad, wo es in einer mittleren Steigung bergab geht, schon Probleme kriegen. Bei anderen Menschen ist es aber auch einfach so, dass sie nur dann eine gewisse Höhenangst haben, wenn sie unter gewissen Umständen stehen, in ganz bestimmten Situationen. Sogenannte Trigger können dann dafür entscheiden, dass man plötzlich auch Höhenangst kriegt. Schrecksituationen können oft Dinge auslösen und dann im Körper unter Anführungszeichen verweilen. Sie werden dann sozusagen abgespeichert als eine Angstsituation. Und die wird dann unterbewusst oftmals wieder abgerufen, ohne dass man so richtig den Ursprung kennt. Das ist alles etwas psychologisch. Aber tatsächlich ist es so, dass Höhenkrankheit, gerade bei den angelernten Höhenangsten, die angelernte Höhenangst, die hat ja einen vor allen Dingen psychischen Ursprung. Der psychische Ursprung ist aber eigentlich gar nicht, dass einem jemand gesagt hat, dass man vor der Höhe unbedingt Angst haben muss. Oftmals ist es auch allein die Tatsache, dass einem jemand nicht gesagt hat, dass man vor der Höhe keine Angst haben muss. Die Höhenangst ist also etwas, das definitiv dadurch entsteht, dass man jemanden vor der Höhe warnt. Gerade Kinder, die sehr beeinflussbar sind, die man sehr stark manipulieren kann in jeglicher Hinsicht. Auf der anderen Seite aber kann die Höhenangst auch dadurch ausgelöst werden, dass man eben keine Beziehung zu einer gewissen Höhendifferenz erhält. Deshalb sind Personen, die in den Bergen aufgewachsen sind, tendenziell auch viel weniger Scheu, was so ausgesetzte Pfade und ausgesetzte Kletterei betrifft. Andere Leute zum Beispiel können das natürlich über die Jahre des Bergsteigens, obwohl sie vielleicht aus der Großstadt kommen, abbauen. Denn tatsächlich ist die Höhenangst etwas, womit man sich beschäftigen kann, worauf man sich einlassen kann aktiv und dann letztlich eben daran arbeiten kann. Höhenangst wird auch dadurch ein spannender Faktor, dass wir ganz unterschiedliche Ausgangssituationen für diese eine Höhenangst haben am Berg. Es kann so viele Umstände geben, unter denen wir uns mitten in der Höhenangst wiederfinden. Und das ist, und das finde ich spannend, gerade durch meine eigenen Beobachtungen, auch sehr stark davon abhängig, unter welchen Umständen man jetzt gerade eben unterwegs ist. Ich kenne jemanden, der gerne in den Bergen ist. Der findet die Berge wunderschön, kommt aber eigentlich aus einer Stadt und hat mit den Bergen überhaupt nichts am Hut, wohnt im Flachland. Der weiß, der hat überhaupt keine Berührungspunkte zu den Bergen. Er findet sie einfach im Urlaub immer ganz nett und schön. Da kommt er dann vorbei, macht ein paar Touren und dann fährt er eben wieder für das restliche Jahr in die Großstadt. Das Interessante an dieser Person ist aber eben, dass sie zwar keine Höhenangst hat, keine, ich sag jetzt mal, diagnostizierte oder selbst diagnostizierte Höhenangst, sondern ganz unbewusst eigentlich einfach Panik kriegt in Situationen, in denen es ausgesetzt ist. Wenn man dieser Person aber nun ein Stahlseil vor die Nase hält, an dem er sich anhalten kann, dann ist die Höhenangst mit einem Schlag weg. Vollkommen weg. Und das finde ich spannend zu beobachten. Ich habe dafür wenig Erklärungen. Man könnte natürlich jetzt ein bisschen ausholen und sagen, naja, vor allen Dingen ist es ja eine Angst. Und deshalb finde ich auch den Bogen zu spannen sehr spannend, weil die Angst der Höhe ist, glaube ich, meiner Meinung nach in den selteneren Fällen tatsächlich das Problem. Viele Leute haben, glaube ich, keine Höhenangst. Viele Leute haben eine Absturzangst. Sie haben Angst davor, in die Tiefe abzustürzen, die sie eben da gerade sehen. Aber ich glaube, dass es auch nicht der einzige Grund ist, warum es Höhenangst gibt. Ich glaube, es manifestiert sich in vielen Ursachen. Ich glaube, oftmals ist es gerade diese angelernte Höhenangst auch durch die ständigen Warnungen, vielleicht durch die Eltern oder durch jemand anderen, durch den Lehrer bei einem Klassenausflug und so weiter. Vielleicht liegt es auch daran, aber es gibt viele Leute, die eben Angst davor haben, abzustürzen. Ich weiß nicht, ob man das dann tatsächlich Höhenangst nennen kann. Es wird zwar als Höhenangst betitelt, es wird so genannt, aber ich finde, dass es doch irgendwie der falsche Begriff ist. An dieser Stelle muss ich auch an den Kabarettisten Michael Nierwarani, einen österreichischen Kabarettisten, denken, der mal gesagt hat, in einem Kabarett, in einem Auftritt, da hat er gesagt, naja, er hat ja eigentlich gar keine Flugangst, er hat eher eine Absturzangst. Das Fliegen ist ihm scheißegal, er will nicht unten am Boden zerschellen. Und ich finde diesen Spruch eigentlich sehr amüsant und natürlich ist er ironisch gemeint und humorvoll, aber er trifft eigentlich den Punkt ganz gut. Gut, wir betiteln die Ängste, unsere Ängste sehr, ich sage jetzt mal, weiträumig mit einem Begriff. Es gibt viele Gründe, warum man sich davor fürchtet, auf einem ausgesetzten Grad, der nicht breiter als einen Meter ist und vielleicht brüchig und bröckelig ist und es links und rechts tausend Meter in die Tiefe geht, warum wir da Angst haben. Ich glaube, da gibt es vielschichtige Gründe, Ursachen und die liegen teilweise auch tief in unserer Erziehung und Vergangenheit verankert. Aber trotzdem, finde ich, haben wir dafür dann irgendwie auch zu wenig Begrifflichkeiten und ich glaube aber, dass gerade die Begrifflichkeiten bei Menschen, die etwas daran ändern möchten, sehr wichtig sind, sehr wertvoll. Manche Menschen tun sich schwer damit, ihre Probleme zu betiteln, zu benennen und das macht es natürlich dann auch schwer, ihnen zu helfen. Das weiß ich deshalb, weil viele Leute mich auch immer wieder mal kontaktieren und sagen, ich fühle mich in den Bergen so unsicher und unsicher, das ist wieder so ein Begriff, den kann man wahnsinnig weit ausdehnen, da kann man sehr viel hineininterpretieren, da gibt es viel Spielraum und das stellt einen natürlich vor die Herausforderung, wie soll man dieser Person denn jetzt helfen? Gerade in dem eben genannten Beispiel mit dem Stahlseil ist das besonders spannend, denn da manifestiert sich meiner Meinung nach, dass es sich hier nicht um die klassische Höhenangst, also die Angst vor der Höhendifferenz handeln kann. Es kann sich hier eigentlich nur um die Absturzangst und um die Unsicherheit im Gelände handeln, denn wenn man der Person ein Stahlseil in die Hand drückt, ist die Höhe ja nicht weg. Höhenangst manifestiert sich meiner Meinung nach vielmehr egal oder unabhängig vom Sicherheitsgedanken. Es gibt Menschen, die kann man auf eine Brücke stellen, die vollkommen sicher ist, beispielsweise die Europabrücke bei Innsbruck, die ist wahnsinnig hoch oben, also sie verläuft eben über einen Tal und man kann da oben theoretisch auch stehen und das ist eine vollkommen sichere Brücke, aber diese Menschen könnten niemals beim Geländer einfach so runterschauen. Das ist meiner Meinung nach oder nach meinem Verständnis die typische klassische Höhenangst. Die Symptome einer Höhenangst sind natürlich ebenfalls vielfältig. Es gibt Menschen, oder das betrifft zumindest die meisten Menschen, die kriegen Panik, die werden irgendwie panisch, die werden unruhig und man merkt ihnen das meistens an. Wenn sie wissen, ja ich komme gleich in eine Situation, in der ich vielleicht irgendwo weit runter schauen muss oder sonst irgendwie in einer Form Kontakt mit einer Höhendifferenz komme, dann werden sie unruhig, dann werden sie sehr, im Englischen sagt man heute modern edgy, sie werden ein bisschen unrund, also das alles merkt man den Menschen relativ früh schon an, aber es gibt natürlich auch sehr schwere Fälle, wo den Menschen dann schwindlig wird, wo sie Herzrasen kriegen, wo sie bewusstlos werden, da gibt es Steigerungsstufen Ende nie und das ist auch eine sehr vielfältige Symptomatik. Zugegeben auf der Europabrücke ist das alles keine lebensgefährliche Situation, egal was mit einer Person, die die Höhenkrankheit hat, passiert. Anders ist das aber am Berg und deswegen ist die Höhe für uns ja auch so spannend und die Höhenangst ist vor allen Dingen für uns Bergsteiger so spannend. Die Höhenangst hat nämlich dieses unverhoffte Gefühl, dass man glaubt abzustürzen, dass man glaubt einen Kontrollverlust zu haben. Und tatsächlich passiert das dann auch im Körper. Der Körper reagiert oftmals mit Schwindeln und das ist natürlich insofern gefährlich, als dass wir ja dann tatsächlich abstürzen könnten. Und jetzt können wir uns auch herleiten, dass das Ganze sich irgendwann aufschaukeln kann. Die Höhenangst führt dann eventuell zu einer sehr berechtigten Absturzangst. Wenn ich eine Höhenangst habe und Symptome mit Schwindeln und vielleicht auch einer gewissen Desorientierung habe, dann kann es durchaus eine berechtigte Angst sein, dass man dann abstürzt, gerade wenn man vielleicht nichts hat, woran man sich anhalten kann. Ich persönlich bin mit keiner Höhenangst, gesegnet unter Anführungszeichen natürlich, sondern eher mit einer Absturzangst. Wenn ich in sehr brüchigem, ausgesetzten Gelände sehr steil und endlos lang unterwegs bin, dann habe ich erst dann Absturzangst, wenn ich vielleicht in einem Gelände bin, wo ich mich nicht mehr sicher fühle. Ich glaube aber, dass es gleichzeitig auch eine sehr natürliche Angst ist. Ich glaube, dass alle Bergsteiger in Situationen, in denen sie das Gefühl haben, keine Kontrolle mehr über die Situation zu haben, eine gewisse Absturzangst entwickeln, wenn sie sich in sehr ausgesetztem oder sehr steilem Gelände befinden. Leider gibt es sehr viele unfassbar tolle Bergsteiger, die ja quasi grenzenlos stark, mutig und vollkommen angstfrei durchs Leben gehen. Also sie kennen so etwas wie Angst natürlich gar nicht. Also gibt es gar nicht. Können gar keine Angst haben. Haben sie auch nie. Und wenn sie es hätten, also nein, das gibt es ja gar nicht. Also es gibt ja Bergsteiger. Und das ist leider komischerweise die Mehrzahl der Bergsteiger. Also wir sehen, es gibt natürlich ein gewisses Ego-Problem auch bei der Behandlung von Ängsten. Und das sehe ich leider sehr, sehr oft in den Bergen. Wir können ganz oft nicht offen über das sprechen, was uns bedrückt oder beunruhigt. Das habe ich in den letzten Jahren gerade vermehrt, als ich mit neuen Leuten, als ich neue Leute in den Bergen kennengelernt habe, als ich mit neuen Leuten unterwegs war, immer öfter festgestellt, es gibt Menschen, die können einem nicht sagen, dass es einem hier gerade zu steil ist, zu gefährlich, zu ausgesetzt oder zu was auch immer. Sie wollen das einfach nicht zugeben, denn das wäre ja auch ein wahnsinniger Einschnitt in der Männlichkeit. Männlichkeit sage ich deshalb, weil Frauen das tendenziell besser können. Frauen können tendenziell besser sagen, ich drehe hier jetzt um, mir ist das hier zu heikel. Frauen haben wohl nicht so ein Ego-Problem. Ich mache das mittlerweile gerne. Früher, das gebe ich gerne zu, mochte ich das auch nicht. Ich wollte nicht der sein, weshalb man umkehrt. Ich wollte auch nicht der sein, der dann quasi der Feigling ist oder sonst was, weil er sich in der Höhe nicht traut oder in der Ausgesetztheit nicht traut oder sonst was. Mittlerweile mache ich das ja gerne, denn man sieht auch gleich im Anschluss, wenn man einen Partner dabei hat, ob dieser Partner ein guter oder ein schlechter Mensch ist. So bewerte ich diese Menschen zumindest. Denn wenn sie einfach Verständnis dafür haben und sagen, gut, das ist ja vernünftig, dass wir jetzt hier dann umdrehen in dieser Situation, dann weiß ich, dass das ein guter Bergkamerad ist. Alles andere ist eher dann jemand, mit dem man sich nicht mehr für eine Bergtour treffen sollte, zumindest nach meinen Maßstäben. Nun ist es so, dass die Höhenangst durch diese vielfältigen Symptome also definitiv auch eine Gefahr am Berg sein kann. Die Angst ist also das Problem am Berg und gleichzeitig ist sie aber auch unser Retter. Und hier können wir natürlich etwas philosophisch werden. Wir können uns jetzt darüber Gedanken machen, inwiefern uns die Angst eigentlich davor abhält, in den Tod zu stürzen. Es gibt Menschen, die haben ein sehr geringes Sicherheitsbedürfnis und diese Menschen sind dann natürlich auch, ich sage jetzt mal, tendenziell dazu verleitet, mehr Risiko einzugehen, mehr zu wagen. Und es gibt da diesen schönen Spruch zum Motorradfahrern, aber das kann man definitiv auch auf den Bergsport übertragen. Es gibt schnelle Motorradfahrer und es gibt alte Motorradfahrer. Und quasi die Conclusion ist einfach, dass die schnellen Motorradfahrer meistens nicht alt werden und dass die alten Motorradfahrer meistens nicht die schnellen sind. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen. Es gibt natürlich auch Extremsportler, die alt werden. Aber die Mehrzahl ist das definitiv nicht. Immer wenn wir in den Nachrichten lesen oder hören, dass irgendwo ein schwerer Verkehrsunfall passiert ist, dass irgendwo jemand abgestürzt ist oder sonst was passiert ist, durch menschliches Versagen, sage ich jetzt mal ganz hart, dann können wir natürlich davon ausgehen, dass es sich um Pech handelt. Aber ganz oft provozieren wir Menschen, dadurch, dass wir eine unterschiedliche Wahrnehmung für das Risiko haben, auch sehr gefährliche Situationen, die oftmals dann eben auch schief gehen. Wir Menschen entscheiden uns aber bewusst dafür, dass wir unsere eigenen Grenzen festschlägen, feststecken und uns in diesen dann auch bewegen. Niemand hat das Recht zu bewerten, ob mein Risiko, das ich heute oder morgen eingehe, zu viel ist oder zu wenig. Jeder hat das Recht, das zu kritisieren und für sich selbst zu bewerten, aber definitiv nicht dem anderen hier etwas vorzuschreiben. Wenn wir aber die Angst vor der Höhe oder die Angst vor dem Absturz, wenn wir das weiter spinnen möchten, dieses Problem als Problem am Berg ansehen, dann sollten wir uns natürlich auch eine Lösung überlegen. Die Lösung für die Höhenangst ist natürlich auf der einen Seite eine psychologische Betreuung, die einen da ganz klar mit der sogenannten Wagniserziehung da immer weiter heranführt. Das ist eine gute Idee, wenn man ganz genau weiß, dass es sich um Höhenangst handelt und nicht um andere Probleme. Die Höhenangst ist aber etwas, was vielschichtig ist, das haben wir ja gerade eben schon geklärt und deswegen kann es auch sein, dass die Wagniserziehung allein nicht hilft. Für mich persönlich würde ich sagen, würde ich jemandem mit Höhenangst raten, dass er vor allen Dingen Erfahrung braucht und zwar schrittweise Erfahrung. Das ist etwas, das es bei uns in den Bärbenden-Berg-Sportlern immer weniger gibt. Das liegt vor allen Dingen an den niederschwelligen Angeboten durch Bergführer und Co. Aber es liegt auch daran, dass wir Menschen uns ja auch keine Zeit mehr für etwas nehmen können. Bergsport hat sich bei den Generationen, die in den 80ern und 90ern zum Bergsteigen angefangen haben, über 10, 15 und 20 Jahre entwickelt. Sie haben mit ihren Hausbergen angefangen und sind dann immer weiter und tiefer in die Alpen eingedrungen, immer ein Stückchen weiter, Jahr für Jahr. Dadurch wurden sie immer erfahrener. Sie haben so viele Touren gemacht, bevor sie überhaupt erst mal auf einem 3000er gestanden sind. Heute wollen viele Leute als ersten Berg einen 3000er machen, weil alles andere ist ja sowieso wertlos. Oder in der Schweiz vielleicht auch ein 4000er. Es geht also darum, dass die Menschen nicht mehr die Zeit haben, das aufzubauen. Und ich glaube, dass die Absturzangst, die Sicherheit in den Bergen ganz allgemein, die Drittsicherheit vor allen Dingen und auch der Umgang mit dem ausgesetzten Gelände, was man auch gemeinhin als Schwindelfreiheit bezeichnet, definitiv etwas ist, was sich über die Jahre entwickeln muss. Es ist ein langsamer Prozess. Ein Marathonläufer wird nicht heute anfangen, seinen ersten Schritt im Leben zu laufen und in einem Monat einen Marathon mit einer guten Zeit absolvieren. Das wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren. Und hier ist es ja dann nochmal etwas ganz anderes, denn beim Laufen würden wir uns ja rein auf messbare Daten und Leistungsdaten des Körpers berufen. Die Psychologie ist keine Leistung. Die Psychologie und vor allen Dingen unsere eigene Psyche als Ganzes ist etwas Konditionierbares, definitiv, aber es ist ein zäher Prozess. Es ist ein langer Prozess, den wir auch nicht beschleunigen können durch das Aussetzen in einer Extremsituation. Das ist vielleicht eine Art Schocktherapie für Leute mit extremen Problemen und definitiv ein Ansatz in der Therapie verschiedener Probleme, aber ganz sicher nicht in der Höhenangst. Die Höhenangst, die ist so sensibel, dass man sie tatsächlich sehr gezielt ansteuern muss, aber auch dosiert. Und auch bei der Absturzangst und bei der Schwindelfreiheit und so weiter ist das eigentlich genau das Gleiche. Wir sollten uns also darauf fokussieren, langsam hineinzukommen in das Bergsteigen und nicht nur, weil wir in einem Gipfelwahn sind, auf immer höhere und steiler und schwieriger Gipfel müssen. Ich glaube, es ist wertvoll, sich über die Zeiterfahrungen anzusammeln. Das Problem ist, dass man heute in Zeiten der Selbstprofilierung der Social-Media-Macht auch irgendwo dazu gezwungen wird, möglichst schnell auf einem Gipfel zu stehen, aber nicht auf dem Gipfel selbst, sondern auf genau diesem Gipfel. Die Betonung liegt auf diesem Gipfel. Matterhorn wäre so ein typischer Berg. Die Menschen noch nie auf einem Berg gewesen, aber sie müssen jetzt aufs Matterhorn, denn jeder will unbedingt aufs Matterhorn. Schaut euch diesen Berg doch an. Wir wollen ja alle ein Foto vom Gipfel oben am Matterhorn. Also ich jetzt auf keinen Fall, aber grundsätzlich. Das ist so eine Art des Bergsteigens, die ich persönlich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann für mich, aber grundsätzlich gesellschaftlich ist sie eine vollkommen logische Angelegenheit. Sie ist aber eben gefährlich. Und ich glaube, dass Menschen, wie ich es vorher schon angesprochen habe, die in den Bergen aufgewachsen sind, natürlich viel weniger Probleme mit der Höhenangst, aber auch mit der Absturzangst und mit dieser Sicherheit in den Bergen haben. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie dort aufgewachsen sind und das sozusagen, naja, ihnen in die Wiege gelegt wurde. Denn persönlich glaube ich nicht daran, dass einem irgendetwas in die Wiege gelegt wird. Ich glaube, dass das etwas mit der Erfahrung und vielleicht auch mit der Erziehung zu tun hat. Wenn Menschen in den Bergen aufwachsen, dann geben sie den Kindern, die sie vielleicht kriegen, natürlich den Spirit auch mit, wenn sie selbst Bergsteigen gehen. Die Kinder nimmt man dann gern mal mit in die Berge. Und so erzieht man die Kinder auch irgendwie gleich mit, dass sie vielleicht nicht zu viel Angst vor etwas haben müssen, dass sie etwas probieren sollen. Denn es ist ja auch im eigenen Interesse, dass die Kinder dann da hochkommen. Somit ergibt sich ganz von selber, dass die Kinder plötzlich keine Höhenangst haben. Das hat aber nichts mit der Wiege zu tun und das hat auch nichts mit der Genetik dann zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass sie auf der einen Seite mit genug Erfahrung in die Jugend oder in das Erwachsenenleben starten und auf der anderen Seite auch mit der richtigen Erziehung. Jetzt ist es aber so, und das ist natürlich ein Problem, dass wenn ich selbst Höhenangst habe und selbst Absturzangst habe und Panik und nicht trittsicher bin und nicht schwindelfrei bin, dass ich meinen Kindern sehr schwer dieses Gefühl vermitteln kann, dass sie es auch nicht sind. So züchten wir in Wirklichkeit immer mehr unsichere Menschen heran, als wir sichere heranzüchten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sicher in den Bergen unterwegs wäre, ein Kind kriegt, das er dann nicht mitnimmt oder das kein Interesse am Bergsteigen hat, ist natürlich größer als umgekehrt. Und umgekehrt funktioniert das eben nicht, denn der Trittunsichere und der Nichtschwindelfreie, der kann einem Kind fast gar nicht diese Sicherheit beibringen. Denn diese Sicherheit setzt natürlich voraus, dass jemand vorangeht als Vorbild, als Beispiel. Und das würde ja dann eben nicht funktionieren. Ich persönlich denke, wenn ich daran denke, eventuell irgendwann mal vielleicht Kinder zu kriegen oder ein Kind zu kriegen, dann denke ich definitiv daran, dass ich mein Kind so früh es geht in die Berge mitnehmen will. Ich will meinem Kind mitgeben, dass die Berge ein wahnsinnig sicherer Ort sind, wenn man sich darin richtig bewegt. Berge sind als, wenn man sie zumindest im einfachen Stil besteigen möchte, definitiv ein ganz, ganz sicheres Gelände für all jene, die sich eben in diesem Umfeld wohlfühlen. Und wohlfühlen kann man sich nur an einem Platz, den man bereits gut kennt. Und zwar vielleicht nicht exakt diesen Platz, aber zumindest das Umfeld und den Untergrund und einfach ein Gefühl hat, dass man hier zwar noch nicht war, aber irgendwie alles einem so ein bisschen bekannt vorkommt. Und wenn es eben nur die Art des Gesteins ist. Das bringt mich auch eigentlich gleich zu einem Punkt, der in meiner Beobachtung und vor allen Dingen, das gebe ich gerne zu, in der Beobachtung von mir selber, definitiv auffällt. Ich persönlich habe im Abstieg deutlich größere Probleme als im Aufstieg. Nicht mit der Höhenangst, das ist tatsächlich kein Problem für mich, sondern vor allen Dingen mit der Absturzangst, mit der Angst irgendwie jetzt vielleicht schlecht zu stehen, das Gleichgewicht zu verlieren etc. Und da rede ich jetzt natürlich nur von anspruchsvollem Klettergelände. Es gibt aber viele Menschen, vor allen Dingen jene, die seltener in den Bergen unterwegs sind und da kenne ich einige, die das auch einfach bei einem ganz normalen Abstieg, bei einem Wanderweg haben. Wenn ich im zweiten Grad abklettere, dann fällt es mir schwerer, als beim Aufstieg raufklettern. Und das wird wahrscheinlich jedem von euch so gehen. Auch im ersten Grad. Und auch bei einem normalen Bergweg ist es so. Der Aufstieg ist auch psychisch immer deutlich leichter als der Abstieg. Beim Abstieg muss ich aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Beim Aufstieg, da passiert mir das ehrlich gesagt nie oder fast nie und deswegen denke ich da auch nicht so drüber nach. Aber dass man einmal kurz wegrutscht, das passiert einem beim Abstieg doch schon eher. Und es ist nicht so, dass es immer eine psychische Belastung sein muss. Wie gesagt, wir denken einfach vielleicht nur mehr nach, wir konzentrieren uns beim Abstieg vielleicht auch mehr. Das ist ja nicht gleich eine Belastung oder eine Angst. Bei mir persönlich trifft das dann eher schon so ab dem dritten, vierten Grad an zu, wenn ich dann mit Bergschuhen abklettern muss. Denn mir fällt dann die Übersicht sehr oft recht schwer. Wo stehe ich eigentlich dann noch gut und so weiter, wenn ich tiefe Schritte habe und wenn es dann hinter mir sehr, sehr tief runter geht. Denn dann kommt mir natürlich auch die Konsequenz gleich in den Sinn. Naja gut, wenn ich hier jetzt einen Fehler mache, dann ist definitiv vorbei. Im zweiten Grad weiß ich, dass ich da wenig Fehler machen kann und vor allen Dingen viele Möglichkeiten habe. Im vierten Grad ist das definitiv schon deutlich schwieriger. Die Möglichkeiten beschränken sich auf ein Minimum und ein Fehler kann deutlich schneller mal passieren. Das heißt, diese Kombination, die macht das alles dann anspruchsvoller und das wird dann auch für den Kopf unweigerlich anspruchsvoller. Viele Menschen sehen aber auch den ersten Schwierigkeitsgrad oder lediglich das ausgesetzte Gelände gerade im Abstieg als so viel anstrengender und so viel gefährlicher an. Ich glaube, wir sollten tatsächlich nicht allzu mutig sein, wenn es um den Abstieg geht. Denn wir sind meistens bei einer Bergtour unkonzentrierter, wenn wir absteigen. Wir müssen uns mehr anstrengen. Wir sind aber auch schon müde durch den ganzen Aufstieg. Vollkommen logisch. Trotzdem, deshalb sollten wir uns aber auch nicht zu sehr vom Abstieg abschrecken lassen. Wir sollten einfach immer im Fokus haben, dass wir konzentriert absteigen. Und mein größter Tipp ist eigentlich immer der, den ich auch schon mal bei einem Bergsteigen-Grundlagenkurs so mitgegeben habe. Wir sollten uns auf die Dinge fokussieren, die wir zu tun haben und nicht auf die Dinge fokussieren, die passieren könnten, wenn wir nicht tun, was wir tun sollten. Denn wenn wir uns exakt auf das Letztere konzentrieren, dann vergessen wir eben das, was wir tun sollten, womit Letzteres dann eben die Konsequenz wird. Es ist fast schon ironisch. Aber den Fokus auf das zu legen, womit wir wirklich unser Überleben sichern können, also konzentriert absteigen, konzentriert abklettern, die Stöcke richtig verwenden, das Gewicht richtig verlagern, etc., etc. Wenn wir den Fokus darauf legen, dann ist für die Angst auch fast kein Platz mehr. Das wird oftmals deutlich unterschätzt. Man glaubt immer, das sind einfach nur so leere Worte und das bringt eh nichts und wenn ich mich darauf konzentriere, dann habe ich trotzdem Angst und so weiter. Aber ich glaube, viele Menschen haben das noch gar nicht probiert. Es ist tatsächlich wichtig, sich auf das Tun zu konzentrieren und nicht auf die Konsequenzen. Und viele Leute sagen, naja, aber beim Tun gibt es Konsequenzen und dadurch denke ich auch daran. Das stimmt nicht. Denn wenn ich an das Absteigen denke, dann denke ich an den Schritt nach unten, dann denke ich an den Stock, dann denke ich an die Route, dann denke ich daran, ob gleich eine Kurve kommt oder nicht, dann denke ich daran, ob vielleicht der Stein vor mir lose sein könnte oder nicht. Ich beschäftige mich ausschließlich mit dem, was ich zu tun habe, nicht mit dem, was passieren könnte. Nicht mit dem, was ich nicht in der Hand habe, sondern nur mit dem, was ich selber beeinflussen kann. Das alles bringt uns vielleicht auch irgendwo zur Wagniserziehung. Bei in der Kindheit ist es so, dass man Kindern sehr viel mitgeben kann, indem man ihnen die Sicherheit vermittelt, sie viel ausprobieren lässt und sie an ihren Fehlern nicht nur misst, sondern vor allen Dingen sie sich selber daran abarbeiten können. Deshalb bin ich persönlich ja auch ein großer Freund davon, am kurzen Seil mit Kindern irgendwo hinzugehen. Das kurze Seil hat nämlich den Vorteil, wenn das Kind vielleicht noch so 15, 20 oder 25 Kilo hat, dass ich es schnell mal irgendwo wieder hochziehen kann. Am besten hat mir das damals, als ich zuletzt auf den Traunstein gegangen bin, auch gefallen, denn da ist eine Familie, ein sportlicher Vater, sportliche Mutter und mit einem dreijährigen oder vierjährigen Kind, ich kann es jetzt nicht so genau einschätzen, ist schon lange her, unterwegs gewesen. Und das Kind hat einfach so ein kleines Klettergeschirr an und mit einem Seil hinten am Rücken und das Seil hatte der Vater einmal ums Handgelenk gebunden, wie eine Hundeleine, könnte man sagen. Und das Kind, das rannte vorwärts, das rannte rückwärts und das fiel mal hin und dann in so ganz ausgesetzten, heiklen Passagen ist es trotzdem gelaufen und hat herumgeblödelt und hat viel ausprobiert, hat geschaut, wo kann ich stehen, wo nicht. Das Kind war wahnsinnig neugierig und plötzlich ist es einfach abgestürzt. Das Schöne ist, das Kind hat was draus gelernt und es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Natürlich, es ist ein, zwei Meter runtergerutscht im Geröll, in der Geröllhalde und hat sich vielleicht ein bisschen wehgetan und hat sich erstmal auf jeden Fall geschreckt, aber der Vater hat definitiv das Kind einfach wieder hochgezogen und dann haben sie drüber gesprochen. Das Kind hat selber direkt ein Feedback vom Untergrund bekommen und konnte sich ausprobieren. Das ist etwas Schönes, was wir als Erwachsene nicht mehr wirklich haben. Wir können nicht mehr so viel spielen und ich glaube aber, dass gerade dieses Spielerische in den Bergen sehr lehrreich sein kann. Das Einzige, woher ich das noch kenne als Erwachsener, ist gerade beim Sportklettern. Beim Sportklettern kann ich mir vielleicht irgendwo, gerade in der Kletterhalle geht das ja sehr leicht, aber auch in Sportklettergärten, mir eine Route einhängen und dann im Toprope probieren. Das ist wieder ein spielerisches Element, denn wenn ich hinfall, unter Anführungszeichen, wenn ich abrutsche oder sonst was, einen Griff nicht halten kann, dann passiert nichts. Es passiert gar nichts. Ich probiere eben herum, spielerisch. Und deswegen kann man im Toprope-Klettern auch viel mehr lernen als im Vorstiegsklettern, denn man muss sich nicht mit so vielen anderen Faktoren auseinandersetzen. Man spielt einfach nur. Und das Spielerische, das ist etwas, was wir Erwachsenen definitiv verlernt haben. Und ich habe großen Respekt davor, wenn Menschen ganz aktiv sich dafür entscheiden, dieses spielerische Element zumindest in den Räumen, in denen wir die Möglichkeit noch haben, in diesen sehr beschränkten Räumen, sie wieder zu nutzen und auszuprobieren. Auch das Bouldern beispielsweise ist auch so ein klassischer Fall. Man kann gerade in der Halle sehr viel probieren und einfach mal Griffe angreifen und schauen, was passiert, wie reagiert mein Körper, was muss ich machen, was macht mehr Sinn, was macht weniger Sinn und so weiter. Die Kinder können das noch am Berg, weil sie die Sicherheit und den Rückhalt durch die Eltern haben. Und deswegen appelliere ich auch an euch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wenn ihr ein kleines Kind habt, dass ihr definitiv auch noch sicher halten könnt, dass ihr das definitiv mitnehmt in die Berge und an die Leine nehmen. Gib dem Kind keinen Rahmen. Sag dem Kind nicht, da musst du aufpassen, das musst du nicht machen. Sag dem Kind nicht, was es nicht machen darf, sondern sag dem Kind nur, dass es mal einfach machen soll. Richtig auffordern, etwas zu machen, auszuprobieren. Soweit, dass alles natürlich im sicheren Rahmen ist. Also ich kann mein Kind natürlich jetzt nicht in eine Steilwand schicken, denn selbst wenn es da runterfällt und dann bringt mir das Seil vielleicht auch nichts mehr, dann schlägt es eben so auf. Man muss natürlich die Situation abschätzen, aber ich weiß, weil auch viele erfahrene Bergsteiger zuhören, natürlich, dass ihr das sicherlich auch sehr gut einschätzen könnt. Mir persönlich ist es deshalb ein Anliegen, denn die nächste Bergsteiger-Generation, die kommt und die wird auch, das werden auch wieder sehr viele Leute sein und ich glaube, wir sollten uns nicht darauf beschränken, auf die paar wenigen Alpinisten, die wir heute haben, sondern ich glaube, wir könnten mit einer naturverbundenen, neuen Generation, die sich vor allen Dingen sehr für die Umwelt bemühen wird, hoffentlich, und die gleichzeitig dieses spielerische Element in den Bergen entdeckt, sehr, sehr sicher in den Bergen unterwegs sein kann und damit auch eine große Faszination entdecken kann. Denn, und das ist jetzt mein abschließender Punkt, wir sind natürlich alle miteinander, das weiß ich, da bin ich mir sicher, auch alle Zuhörer von der Natur beeindruckt in den Bergen. Auf jeden Fall, die Natur und die Berge für sich sind etwas sehr Faszinierendes, aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass je spannender unsere Projekte werden, desto eindrücklicher sind sie. Die wenigsten von uns werden sich wahrscheinlich an die 6213. Wiesen- und Waldwanderung erinnern, sondern vielleicht viel eher an eine spannende Nordwand, an einen einzigartigen Gipfel, an einen super ausgesetzten Grad und so weiter. Das bleibt viel mehr hängen und wir können unseren Kindern doch eigentlich nur wünschen, dass genau diese Erinnerungen immer öfter vorkommen. Weil wenn sie für uns nur einmal im Leben stattfinden, weil wir uns nur einmal den Bergführer fürs Matterhorn geleistet haben beispielsweise, dann ist das natürlich etwas Großartiges und Cooles, aber es wäre natürlich schöner, wenn das jedes Jahr stattfinden könnte in einem ähnlichen Stil, natürlich nicht immer am selben Berg. Aber dann hätten wir viel mehr Erinnerungen, auf die wir mit einer gewissen Freude und auch mit einer gewissen Spannung zurückblicken können und davon kann man jedem Menschen natürlich nur so viel wie möglich wünschen, meiner Meinung nach. Und ob das dein Kind oder vielleicht irgendwann auch mal mein Kind haben wird oder nicht und in was für einer Anzahl, das liegt maßgeblich in den Händen jener, die das Kind gerade in den ersten Tagen in den Bergen an die Leine nehmen oder eben auch nicht. In diesem Sinne, denkt drüber nach, schreibt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare, das sind alles nur meine Gedanken dazu, ihr wisst Bescheid, ihr müsst da ja nicht unbedingt zustimmen. Wenn euch der heutige Podcast gefallen hat, wie immer, schreibt mir auch gerne eure neuen Ideen für Podcasts und Themen in die Kommentare oder an kontakt at alpenacademy.at Alle Links dazu findet ihr natürlich auch in der Podcast Beschreibung und in der YouTube Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.